Die müssen noch warten. Die auch. Aber nicht mehr so lang. Und die haben es in wenigen Augenblicken geschafft. Ein persönlicher Händedruck von Ministerpräsident Horst Seehofer und seiner Frau Karin beim traditionellen Neujahrsempfang der Staatsregierung 2014. Im festlichen Rahmen der Münchner Residenz warten rund 1500 geladene Gäste auf diesen Moment. Für alle gibt es persönliche Wünsche zum neuen Jahr, ein Händeschütteln und ein Lächeln des Ministerpräsidenten. Ein lockerer Abend in festlichem Ambiente. Die Gäste sind begeistert. Der Empfang ist einfach wieder ein wunderschönes Zusammenkommen am Beginn des neuen Jahres. Toll. Jedes Jahr wieder großartig, weil man so viele interessante Menschen trifft. Alle freuen sich, Ministerpräsidenten ein gutes neues Jahr wünschen zu können. Beeindrucken, atemberaubend, wirklich. Man muss so lange anstehen, aber es ist auf alle Fälle wert. Die Stimmung ist gut, lauter Interessante, nette Menschen sind hier. Mir ist eine besondere Freude. Neues Jahr, neue Chancen und natürlich neue Wünsche für 2014. Ich habe nur die Hoffnung, dass es so bleibt, wie es ist. Man darf sich glücklich schätzen, wenn man nach harter Arbeit auch so viel Glück gehabt hat. Und dieses Glück erhoffe ich auch für das jetzt gerade angebrochene 2014. Der gute Vorsatz wäre für Sport zu machen und mehr auf die Gesundheit zu achten. In 2014 habe ich ihn bis jetzt einhalten können. Skifahren oder langlaufen, Bergsteigen, Schwimmen, Rollerbleiben, was gerade hergeht. Nächstes Jahr nicht mehr so viel Wasser. Ich hoffe, dass wieder alles ein bisschen ruhiger wird und dass wir von solchen Sachen verschont bleiben. Dass der Hopfenpreis steigt. Und nachdem der Ministerpräsident wirklich alle Hände geschüttelt hat, gab es noch eine kleine Ansprache für die Gäste mit einem ganz persönlichen Geständnis. Es ist wunderschön, immer den Menschen zu begegnen. Es macht Freude. Aber es ist ein ganzes Stück anstrengender als der politische Aschenmittwoch in Passau. Na, es ist ein größer Typ Live bei der dólares Hände. Untertitelung des ZDF, 2020